Kommen wir in das heiße Gebäude rein? Ich muss jetzt erstmal die Pullenbüren loskriegen. Nachbombe. Ja. Ich bin am schnellsten. Oder lässt er anrufen. Alter. Ja, nee, da kriege ich dann keine Punkte, oder? Wenn ich jetzt den anrufe. Ich habe jetzt schon vier Sterne. Vielleicht kriege ich noch einen Fünften. Ja, paar. So, ich zupfe. Hubsch, aber habe ich schon. Ach, hier, was Wanni da als Let's Play macht, ne? Jetzt kriegt ihr sogar noch den Kill, ey. Komm her. Komm her. Was ist von her? Der kommt schon. So. Wechseln sie. Da ist er. Wechseln sie. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh 1, 2, 3, 4, 5, ja. Geh mal lieber weg hier. Oh, was hast denn du da alles hin? Ich hab ein Solo-Lobby. Öffentlich Solo. Ja, ich komme durch. Ich war kurz noch auf dem da. Auf dem war kurz du. Ist er doch da, ne? Ne. Was ist denn jetzt hin? Jetzt hat er nicht die Lobby verlassen. Doch, der hat die Lobby verlassen. Ich komme rüber. Kannst du mir eine Anladung schicken? Ne, das ist direkt. So, okay. Das kann ich gar nicht. Ja, du musst über PSN gehen. Gehst auf Freunde, dann auf... Ey, ich hab mir so richtig... Ich bin gerade reingerutscht bei dir. Ja. Hättest du eh gewusst. Die anderen wollen auch kommen. Hey, ja, können die doch ruhig. Ich hab's gerade eben gesagt. Wahnsinn. Zehn vor halb, echt jetzt? Oh, die Zeit röhnt. Bin doch gar nicht in Stimmung, ey. Alter, ich hab gerade eben erst angefangen. Bam, bam. Bam, bam. Ey, können die hier mal schuften? Ich wollt gerade Vorräte kaufen. Kannst du einladen, wenn du willst. Ich? Mhm. Geht das überhaupt? Oder machst du einen Auftrag? Nee, nee. Geht das überhaupt einladen? Ach so, die haben die Scheiße endlich gefixt. Last. Naja, es geht nicht. Wieso? Wieso? Wenn du Raum bist? Nein, ich kann mich einfach nicht ändern. Kurt, der ist drin. Kurt, der ist drin. Bam, bam. Ach, ich muss ja mein Mehrverbor. Das ist mein Auto. Ich hab heute schon fünf Raketen gezendet, die ich über hatte. Welches Auto nehme ich denn? Welches Auto? Ah, das ja. Wo soll ich hinkommen? Keine Ahnung. Also, ich werd jetzt kurz mein Meflabor einrichten. Was für Meflabor? Meflabor. Meflabor. Ey, lass mich saufen. Lass mich saufen. Lass mich saufen. Ach, falsch, Otto. In meiner Garage stehen wir so viel Sportwagen. Kurte, du sollst nicht betrunken fahren. Ich steh doch noch! Ja, aber du wirst gleich bestimmt fahren. Oh, jetzt ist es. Jetzt ist es. Jetzt ist es. Warte, lass dich erst mein Auto holen, bitte. So. Nein, guck. Kurte? Du bist mein Arztfeind, ne? Ich? Ja. Oh, dann komm her. Du bist deinem Arztfeind und dann ist er so zentrum. Ja! Dave ruft an, die geile Sau! Höchert mich halt. Wow! Wow! Schön besoffen. Ach, wie hat er. Ist ja schon getrautend, wenn wir besoffen kommen zu. Ja, ja. Dave, Alter, ich bin da ein schönes Käfer. Du kriegst aber nicht. Alter, wenn ich dich besorgen, hätte ich dich erwischt. Du bist schon mal kurz weggezogen, die Sau. Kurz gedriftet. Puh, Alter, Vorsicht. Ja, ich habe kein Führerschein. Sorry. Das ist schon vorher. Hohohohohoho! Ey, ich will lenken, der lenkt einfach nicht. Nein. da hinten warum röckelt das denn jetzt gerade so da ist die geile Schnee-Tat anrufen und dann ist hier der Uwe-Kumpel denn hinterher ein Kumpel von mir sind da hey ich glaube die geht nicht mehr gut ach die haben Waffen die wiesen Schweine Gute du hast keinen DeLorean der fliehen kann nö ich hab nur einen Busser bei da halten und eine Zervacke 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 Bei der vierten Viertel, glaub ich. Komm, ich dring gleich auf. Ah, jetzt, jetzt. Ah, das war was. Was war das für eine Karre? Was? Was war das für ein Auto, was du hast? Nein, nein, ist das, ne? Ja, war ganz okay. So gehol dich gleich. Ich hab auch... Ich hab so ein gutes Auto. Ein riesen Schwein. Was mach ich denn? Wie heißt das Auto denn? Turismo. Was er hat, Turismo ist das. Ach so, ach so, ich glaub ich hab den auch. Der Turismo ist. Gotti. Ah, nein, nicht Gotti. Turismo Air oder so. Oh, nochmal. Seid, äh, seid ihr alle ohne, äh, CEO? Ich bin grad im MC. Wieso 300, was ist das? Da würde ich euch nämlich einladen. Sag' mal. Müsst ihr irgendwann... Alter, ich bin glücklich, dass sie voll war, ja. Ich muss zum Waffen-Osservoir-Shot, denkst du. Ach, der Kleine ist los. Hast du eingeladen? Ja, ich rufe hier gerade, ich rufe gerade, wie das nochmal geht. Scheiße, das ist doch bloß das Feuerwerk. Ganz oben. Ich will Mitglieder einstellen. Mitarbeiter. Warum brennt mein Auto? Ey, ey. Mein schönes Auto! Luft, ich brauche Luft. Wasser, Wasser ist besser, ne? Wasser! Hier, hier ist Wasser. Lass mich in Ruhe, ich brauche Wasser! Ah, scheiße, ich bin falsch gefahren. Ah, ist aus. Anke, Touchpad in dein Zio rein. Oben, ganz oben steht nicht wieder einstellen. Äh, einstellen, glaube ich, ne? Oder suchen. Ey, ich bin nur... Dann drückst du... Dann drück... Hä? Ich bin nur wipp! Hab ich noch? Ne, ich brauche Feuerwerk. Muss doch auch nicht verstehen, dass du die da eigentlich schon kannst. Warum blinkst du? Boah, ey Jungs, hört doch auf, ey. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nee, du nicht. Trigger mich schon mal wieder an. Wie kann die Polizei mal abhauen? Alter, können die mal vorn mal aufhören zu bleiben? Was muss man noch nach dem Merch machen? Pizza. Hallo! Was kann ich für dich machen? Kein Problem. Ich werde ihn aus deiner Beine holen. Das ist einfach scheiße. A-C-S. Was haben wir jetzt verloren? Das bin ich! Ich bin Leibwester. Entschuldigung. Bin ich welchen der Beine holen? Nee. Ja. Du bist kurz angekippt. Und mir wird die Reise gar nicht angezeigt. Und hier diesen Bond. Nee. Da Bond kamer. James Bond. Der Autoquemmt ganz schön. Oh, ist zu! Warte. Ja, ich drück, ich drück. Ich drück, ich drück schon. Ich drück schon, jetzt. Hey! Richtig so! Ja, ja. Das ist so. Etzer. Oh, ich hab viel Zündung. Oh, schneller fährt er nicht oder was? Komm! Ab zur Werkstatt. Ja, ja. Ja, ja. Wir müssen gerade zur Spielhalle das gerade noch aktivieren. Hey! 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 Schöss! Ich kann noch hinten. Danke für 6.250 Euro. Wie viel wird es noch hoch? Hier liegt mein Haus, äh, äh, äh... Können wir wen denn abholen? Ich hab nur zwei Sitze. Na, dann würde ich einen Bruder. Anke, du kannst hier noch den... Die hat noch keinen Besatzweil geschmiert. Hat noch keinen Besatzweil geschmiert. Hat noch keinen Besatzweil geschmiert. Hat er sie bestimmt noch nicht bekommen, dann musst du noch mal. Oder erst nicht, äh... Steck mal aus, dann kriegst du... Die sind keine Freunde für die Arbeit als Landwächter verkauft. Ja, du kannst ja auch noch mal auf den Namen gehen. Du musst dich Freunde erinnern. Ich geh auf Spieler und dann auf Labor an die Kamer. Wo steht der denn da? Den hab ich nicht als Freund. Du musst den doch nicht als Freund haben. Drück mal weiter nach links. Da steht auch irgendwo Spieler. Bis der Name auftaucht. Wollt ihr mit der Limousine fahren? Ist doch nicht so schwer. Auf der Haare. Oh, scheiße. Ey. Ich mach doch danach. Ich hab mich jetzt eingeladen. Ich hab's gekriegt, ja. Alter, die Böllern, ja. Heiß. 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 Ich hab's nicht getroffen. So kann man uns auch Licht machen. Ich hab's nicht mehr auf. Die sind hier vor. Ich hab's nicht mehr auf. 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 Da ist doch ein Clown zu... Das ist meine Hupen, eigentlich überall drin, ne? Ne, an einem hast du so ne komische Musik. Ne. Du fährst bei rot. Ich bin sofort wieder da. Statt, was startet, ey. Jetzt muss ich das aufhören. Die liegt wieder alles auf der Erde, ich seh das schon. Kann er da auch Bomben abschmeißen? Komm schon. Wieso? Ne, wenn du dann geht, kommen wir. Wieso? Wieso? Oh du, ich bin wiederher. Ich bin jetzt da auf dem Feld. Was wollen wir zuerst machen? Unregistrierte Waffe, Flussfahrzeuge oder Hackgeräte, LK-Gerät. Das war mein Auto. Nicht. Hallo. Hallo. Danke. Mach doch. Ja was? Und was? Naja, sie muss doch sowieso alles machen. Das, was wir alleine machen, konnte das hab ich gemacht. Naja, dann hau doch. Einfach. Ja, das war's. Wir wollen doch alles zurück. So, wir gehen nach ein bisschen import-export-operation auf der Kost. Blast in da und take the shipment. Wir sind sicher, dass wir das aus dem alten Abmination auswählen können. Aber wir kommen hier. Ich bin nicht der Stärkirche. Ich bin nicht der Stärkirche, aber ich bin nicht der Stärkirche, nur um in eine Jail-Cell zu kommen. Und wir haben Georgina, das zu denken. Das ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nicht so schlimm. Das ist doch verrückt. Oh, cool, genießen. So, frische Luft, ne? Ja Hi Dennis, Lujavic Deine Motorkerbe hast du verloren Ja, Kühlung Ja, paar Katze hast du drin, glaube ich nicht Aber ich bin da Ja, das war ein bisschen Ich bin sogar Kratzen frei Ich bin gerade vor meiner Spiegelade weggefahren Ich brauche noch mehr von der Spiegelade Aber nicht vor meiner Jet Skis Oh ne, ich muss mit Jet Skis fahren Vorhin soll ich mit Jessica Der Kaff, äh, Jet Skis Nur Fliegen ist schön, ne? Oh, der felsdarty Hi Dennis Äh, Dustin Ja, Dustin, nein Hast du noch ein Jet Skis? Oh, da liegen noch 5 Ich brauche Hilfe Könnte ich bei einem mitfahren? Wo bist du? Ne, hier einen von den Jet Skis Danke Leute Komm doch erst mal her Na, ich bin noch hier Ich war vor und Ne, ich meine Anke Ich frag, wo du bist Sobald ist du noch in der Stadt Du fährst beim Äh, ich bin unter BG Na hier Komm doch erstmal her Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was ist denn geiler Flugzeug? Heftig, ey Heftig, heftig Kann ich das Flugzeug da fahren? Das Flugzeug musst du fahren Warte, ich fahr dich hin Dann musst du fliegen Okay, das kann ich Was ist das für ein Was ist das für ein Weil da die Wasserhüter sind Was ist das für ein Mann schoss, ich bin weg Mann schoss, ich bin weg Easy does it Give yourself a good run And take off Dann I'll need you to land In the airfield I've marked on your GPS Your gunmen will be there To collect the shipment Looks like they've already Transferred the weapons To that sea lane Oh, die Eichler Ja, sicher Take out the goons And then take that plane Sieg, du fährst nicht? Warte, ich fahr bei dir mit Ich schieb dich Ich seh's Gib ab Sieg hoch die Scheiße Nöje Der Typen neben dir, der hängt da wie so'n And 포vii oder was? Ja. Du schießt aber nicht. Soll ich mich zurückschießen? Kann ich dich doch einfach abschießen? Was? Die Netzphase. Ist das der Avenger? Ich hab jetzt nicht die Kopf drauf. Ich hab jetzt nicht die Kopf drauf. Wo sind wir fast zurückplatz? Ich hab jetzt nicht die Kopf drauf. Ich hab jetzt die Kopf drauf. Er ist sicher, dass ich die Kopf draufstehe. Die Kopfschmerzen. Ihr Geist wird die Schmerzen auf den Kasten. Die Schmerzen werden in der Kasten verbreiten. Sie werden sicher in der Kastung oder in der Kastung. Sie werden in der Kastung oder in der Kastung. Und du möchtest, das auf der Heist. Otherwise, du bist nur ein Pistole. Was ist das? Toto? 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 Muss ich mich jedes mal das GTA erklären? Ja! Toto? Nein, da hab' kein Bock drauf. Ah! Toto? Wuhi, danke! Schickes Auto! Danke schön. Ist das deins? Das ist meins. Ist das versichert? Ja. Zeig mal, ich will das aufsehen. Ist das ein Supersportmann? Guter Umweg. Guter Umweg. Ich bin einiger Mann. Guter Umweg. 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 Abheben! Huch, huch, huch! Ach, das war abrückend weit. Ah, das Teil ist kaputt. Kali! Äh, wir hätten rechts hoch. Ah, ist hier. Ich fände eine Abkürzung. Genau die wollte ich fahren. Die polizeische Schönenreifen davon. Und lenkt mich da schön hin. Hä? Boah, jetzt noch! Wolle! 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 Jetzt steckt bei mir ein. Aua! Wolle! Ich werde immer angefangen! Wolle! 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 Was ist das für ein Auto? Wolle! 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 Wir haben einen Kazzino. Jhin, hier kommt Äh, wo gehen wir mal hin? Äh, wo spielen wir alles? Wohin, das ist so passiert Ist die ganz oben oder ist die unten? Ganz oben! Oder wollen wir spielen alles? Äh, Casino Äh, woher musst du denn? Ich muss... Aua! Aua! Oh, Wormut! So! Maskiert! Ne, bitte noch mal! Ander, lass dich mal kippen, dann noch mal! Oh, 20 Schuss! So schön! Nein, ich hab Lenkraketen gekauft! Ich hab Lenkraketen gekauft! Ich hab Lenkraketen gekauft! Ich hab Lenkraketen gekauft! Ich hab einfach den Lenkraketen dabei gekauft! Wir müssen... wo müssen wir hin? Casino! Opla, links! Oder Casino! Wie viel Ruhe haben wir? Zehn vor! Ach, scheiße! Okay! Ich muss zur... Ich muss zur Spielhalle! Ja, zum Casino! Was denn jetzt? War Casino! War Casino! Ja, ja! Saufen und dann Feuerwerk abschießen! Ja! Ich muss das dann am ersten Mal kaufen! Ich bin kurz weg! Ach, die scheiß Bullen! Ich muss gleich auch noch die... äh... die Flasche 6 aufpassen! So! Erstmal ne Flasche Pisswasser! Ah! Die Facke ist gelang aufgepackt! Ah! Vodka! Nee! Ich will das Gute! Teure Zeug! Ja! Ich fang erstmal langsam an! Ich weiß nicht, was du verträgt! Oh! Wohin müssen wir... Oh, oben aufs Dach! Oh, oben aufs Dach! Oh, oben aufs Dach! Oh, oben aufs Dach! Rote Sack! So, ich immer! Wo bist du denn immer? Mann, ich bin ein Sauf-Fan! Die Wodka verträgt sie schon, ja! Alles Whisky! Ich will auch ein Sauf-Fan! Lauf-Fan! Ah! Das letzte Mal in diesem Jahr! Nein, ich bin ins Penthouse! Scheiße! Das ist heißer! Der... Der... Der war schon besser! Oh, kapi! Da ist die Bar! Da ist die Bar! Ich kauf's direkt den teuersten! Alte, gibt was zu trinken! Der muss aber knallen durch! Wie viel Dollar? 190! Und das teuerste? Teurer! Alter, was ist das denn für die Schrankkarre hier? Oh, sie schwankt schon! Ich glaub das war's jetzt, oder? Ist das Auto hier gut? Nein, gell? Schafft sie's! Oh, einmal! Wollte jetzt was laufen! Einmal drehen in diesem Jahr! Noch das letzte Mal! Was nehmen wir denn? Bist du thysisch mal, komm! Komm schon, das Auto, das Auto! Immer mit bestem Whisky! Komm, 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 komm! Komm schon rein! Kann ich auch saufen? Oh, ui, ui, ui! Ruhig mit dir, ui! Anke ist schon betrunken! Ist aber noch nicht! Doch! Guck mal, wie du da hängst! Ich hab mal erst eingekommen! Du bist zusammengekippt! Ich hab gesehen, wie du zusammengeklappt bist! Bin gleich wieder da! Hä, ich hab hier, ich hab hier das meiste gratis! Natürlich, dat, 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 dat! Wird letzte! Die macht niemand! Ja, bitte, gib mir davon ein! Warum bin ich denn jetzt so weit weg vom Casino? Weil du umgekippt bist, du bist eingeklappt! Alle! Oh! Kurte, guck mal, wie ich hier rumlaufe! Adios! Johannes! Johannes! Ah! Kurte sauf wahrscheinlich in seinem Penso! Ja, ich bin draußen! Habt schon Parten! Wolling nicht auch! Ich geh, ich geh, ich geh! Ich geh, ich geh! Ich geh, ich geh! Ich geh, ich geh! Ich geh auf die, ich geh… Ich geh auf die, ich geh auf die, ich geh auf die Straße! Die sich gehört! Denkt jeden, dass... Die Zeit reicht noch, um auf die Dings zu gehen! Auf die Brücke! die ganz große drücke die schießt denn jetzt schon hier hey der werde ich nicht so kaffee du verdammt noch mal das miese schwein verklapp ich werde hier zum schießt ich bin in der infrageen auch ich bin wenn ihr wo die verpackung ist ja um aus der welt gespawnt die arme ich bin hier hin ich bin hier in der scheine gespawnt äh, dieser Illetyp, der gehört zu mir, der macht nix, der macht nix. Kurt, ich muss dich doch einmal in diesem Jahr umbringen, ne? Ah, es tut weh. Bin ich am Arsch der Welt hier? Scheiße, verdammt nochmal! Egal, es ist offen! Aua! Jakos! Das geht... Ich töte dich jetzt! Einmal in diesem Jahr, komm, komm, komm! Kann ich an mich selber ne Haftbombe kleben? Äh, am Rücken! Und mich? Also ich selber! Oh, du leckst ja, ja! Ah, hier ist ein Auto! Ah! Come on, like! Kurt, lass doch Hannes in Ruhe! Der will mit doch Köln! Ach so! Ja, eigentlich ist der einmal zu... Zum ersten... Zum letzten Mal in diesem Jahr, komm schon, Kurt. Das war ein schönes Jahr, und dann ein schöner Abschluss! Das war ein schönes Jahr, und dann ein schöner Abschluss! Ah! 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 Fuff! Aua! Aua! Tick, Sau! Ey, wieso zeigt er, wir sind jetzt schon wieder da oben an? Hm? Geht jetzt besorgen, oder? Äh... 2 Arten, ne? 3 Minuten sind wir noch. Ich hab noch 10 Mal. Äh... 2 Arten, ne? 3 Minuten sind wir. Ich hab noch 10 Mal. Oh ja! Da oben bleiben! Da oben bleiben! Da oben bleiben! Und diese Tricks einfach... Außenklapp rumbleiben! Ha! 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 Okay, fantastic! Das stimmt mein Auto! Ha! He he! He does not feel move! Meinerweise wüsste ich aber gar nicht noch uns dem Bürobescheid sagen. Um frohes neues Jahr wünschen. Vielen Dank. Danke. Ja, ja, mal gucken, ob's toll wird. Na dann, wird schließlich besonders nice, ja. Juhu! Machen wir den Stirn auf. Machen wir den Stirn auf. Ich hab' da zu sein. Es ist egal, ob sie es ist oder nicht. Selbst, weil eigentlich auch waren die wir zum Mitternacht da. Ja. Ja, Finn, wünsch dir auch was Neues. Prost, Reuss. Für alle, die wir hören. Ich dachte, in Nordrhein-Westfalen hat Böller-Verbot. Ich dachte, in Nordrhein-Westfalen hat Böller-Verbot. Es war gleich ein Gr師-Verbot. Die Waffen-Verbrecht. ...eine Verbrechtung... Genau die Verbrechtung! ...spflegt ... mit einer Spinn der Dröhle. ... ... ... Ja, ich bin nur ein paar Minuten. Komm, komm, check out the new vehicle on the podium. You can win it with just a spin on the lucky wheel. Okay, what was I doing? What is it? 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 Morning. What is it? What is it? What is it? What is it? Jetzt komm ich gleich schon mit vor das Neues, wenn wir noch mal kurz keine Sachen durchsehen. Wie kann man kleine Hunde mit zum Böllern rausnehmen? Wie bescheuert muss man sein? Ah, schade. Hey Andy, wo ist Neues? Ich hab keinen Bock auf das ja leckste ich. Ich will nur noch, dass er noch reinkommt und unsere Videos nennt bei BGT auszudenken. Die Lobbys sind voll. Ja, alles ist gerade rausgegangen. Zunächst der Kanal ist mehr so schnell als Solo. Ich bin nicht rausgeflogen. Du stehst bei mir nicht mehr als Mitarbeiter, als Leibwächter. Als was für ein Wächter bin ich? Als Leibwächter bist du bei mir raus. Dominik, was hast du da in deinem Rücken? Geh damit weg, geh damit weg. Okay. Dann sag ich jetzt. Musst du Konfetti in meinem Zimmer zünden? Mein Zimmer ist voll auch Konfetti jetzt. Nett. Musco und Wodka ist gut. Jetzt reicht's. Hey, hier in Magdeburg geht die Poster mit Feuerwerk. Na, bei uns auch. Bei mir auch direkt beim Block hier. Keiner wird schießen. Und in NRW ist Böllerverbot. Eigentlich auch. Ich könnte auch meine 30 Böller noch verfeuern, aber das tue ich nicht. Die alte kommt. Wie die kommt. Das ist nicht zu empfehlen, Alter. Oh ja. Oh ja. Ach so, das ist fott. Oh, der verbesserte Stromwerke ist echt geil. Fährt schnell Handling, ist geil. Ja. Unter diesen Turbo-Dings. Ja, ist fett das Ding. Viel, viel besser wie der Alte. Der hat auch die gleiche Panzerung. Das fang grad aus. Das war ein bisschen pervers jetzt irgendwie. Jetzt ist der Discliker aktiv bei mir. Also muss dafür wahrscheinlich. Oder irgendeine andere Pfeife. Ich hab da genug. Die ich schon getroffen hab. So, das erste Rennen 2021 wird bestimmt das schlechteste. Hi Justin. Ich wünsche dir auch ein besonderes Jahr. Ich höre die Raketen sogar durch mein Headset. Hm, ich auch. Meine. Knall nie. Aber es geht nicht lange. Es geht bis halb 1, sondern es ist wieder Ruhe. Naja. Für uns machen wir auch noch irgendwie zwei Leute oder so vorm Block hier. Das ist morgens früh wieder um 6 Uhr früh. Wurts wieder scheppert. Das hier ist immer so. Ich würde die schon einen Tag vorher irgendwie alles wegwollern. Hm. So. Ich bin nicht mal bei euch dran. Das ist blöd. Ich muss euch beitreten. Ja, dann kann ich beitreten. So. Wieder da. Gesundes neues. Manners. Ja. Gesundes neues. Manners. So. Das kann ich alle paar Minuten sagen. Erstes Rennen gewonnen. Erstes Rennen gespielt. Erstes Level. Wo sinds denn alle? Ich hab mich extra mal doch verschanzt. Wenn die nächste Woche nicht eine Eventwoche bringen, dann kann ich echt anfangen. Was werden sie für eine Eventwoche bringen? Ja. Ist schon komisch. Autohaus. Ein neues Auto kam auch nicht rein. Das hat mich überhört. Seit vier Wochen die selbe Eventwoche. Eigentlich waren sie immer nur zwei Wochen mit dem Update da. Oder sowas wie Winter. Ich war die Eventwoche zwei Wochen lang, aber nicht viel. Dann so ein geschissener Gegner moddest du nicht mal anfangen zu spielen. So, da kann ich mal mein Party-Auto endlich mal rausfahren. Kann ich den Hell nicht mal jetzt rausfahren? Ich kann euch mit meinem Party-Auto abrufen. Was ist das denn vier Sitzer? Ja, das ist so. Go to hell! Schnitt, 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 Schnitt. Ich bin es aber nach. Es ist eine Sitzung. Wie sicher ein Kind ist doch so. Ich muss jetzt bilden, muss ich ja nicht. Der 2021 ist unsicher. Oh, noch Böller. Ich brauch Böller. Auszeichnung, wenn Bullen fliegen. Ah, nicht schlecht. Wohin, Mann. Aua. Ey. Bin ich blöd? Ich kann mir nirgendwo mehr Munition dafür kaufen. Für was? Für den... Ich verstehe nicht, was mit den... Er wollte wieder raus aus dem Spiel müssen. 2000 Menschen. Das ist ja nicht so groß. Das war schon vorbei. Trotzdem. Das war vor 13 Minuten. Ich schieß euch trotzdem Raketen ins Gerät. Ey, wer hat mich denn jetzt gekillt? Boah, du Sau, ey. Boah, du Sau, ey. Akkode, die erst so auch wie heute. Ich muss lenken. Ey, Hannes! Ey, schieß mal. Nein! Du bist Raketen. Boah! 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 Wenn die bei mir aufholst, neues Einschränkchen. Du wächst fast zurecht, ey. Du kriegst erst mal für Flutenwommen, ey. Warte, ich komm rein für das neues. Ich komm mit... Ich komm jetzt mit meinem Partyauto. Waaah, ich werd nicht für die Zeit bedrachtet. Ich hab nur leider was nie gemacht. Ich hab nur leider was nie gemacht. Ich hab nur gejagt. 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 Und eins. Hallo? Motorvorsorge hat mich ja zusammengeschossen. Ich hab so kleine Böller, ich seh die nicht, man. Ich hab so kleine Böller, ich seh die nicht, man. Hör auf zu lecken, ey. Ich fühl auch noch was. Guck auf der Internet. Ey. Das macht kein Foss mehr. Achke. Die Bullen haben dich getippt. Ja. So. Erzähl mal noch Leute. Tracken. Zum Wissen. Der. 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 Ey. Ich hab grad mal Frau hingekriegen. Wo's Neues. Ja. dieses schwein zurück ich will er über die von mir war ich kann es ja versuchen wenn ich es nicht versucht werde kann ich ja nicht besser lassen aua ich werde mit jedem zweiten rauf fahren wo bist du denn? eine teilbrille hey Da 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 Ei lui Gibt die Aaschie Johannes hat gesagt, macht nichts Süßel, ich wollt verliebst Dimmel zeigen Wie kann ich schon weg sein? Ist mir so egal Oh, jetzt schreiben wir die Messel doch bei PCM, es gibt eine Grunde, und ich steh keine Hand cool das habe ich immer ausgeschickt. Ja, die früher auch. Ich kann bloß diese Partyanleitung nicht ausschalten. Das stört mich. Guck mal. Was hat denn da, ne? Bist du? Warte dort. Und mein Leibwächter kann ich dich abknallen. Aua! Warum ist du mit dem Schwein, Alter? Mein Erzfeind. Verstand dir den Erzfeind, da hatte ich gegillt. Was machen wir jetzt mit dem Muld abschießen, oder was? Kurde, komm her! Ich seh' dich gar nicht. Ach, der Kurt ist dahinten. Ach, jetzt schießt der andere von mir in den Rücken. So, was ist denn 2021? Das ist der Sieg 2021. Der Kurt ist bei mir rot. Irgendwie kriege ich hier raus. Okay, wie komm ich jetzt hier raus? Da, da. Und wenn du mir sagst, wie du rauskommst, dann komm ich hinterher. Die Haftbombe. Haftbombe. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Haftbombe. Ja. Wegen jetzt nur Mauern. Die Berliner Mauer. Die Berliner Mauer habe ich zufälligerweise noch selber mit erlebt. Und ich wurde schon aus meinem... Ach, ich hab so viele Kopse... Scheiße. Ich wusste nicht, wie ich hier rauskomme. Ich wusste nicht, wie ich hier rauskomme. Und ich wurde aus der Lobby das erste Mal gekickt. Wollen wir an den Schrank gehen? Oder? Ich hab's schnitt. Bitte? ich denke das ist eine soziale kauf ich bin ein bisschen ach die dreckspullen naja los, geh mal auf den Strand und dann auf die Welt dann fahr mal auf die Bilder zusammen ok, aber nur für eine Minute diese App schalten, die bilden nicht mal Alter und wieder bullen Boah, das gibt's doch nicht Johannes Polizei fixiert als das Polizei-Rotobling sorry und wie 2.921 die Menschen wo sind einer mal ab? Ja, ich glaube wer kommt wieder an die Schallstelle raus wo kann da ist ja bist du schon raus roto, komm rein hier das ist so langsam komm rein jetzt hier ja dann bist du eigentlich schlecht die Gäse aus mal da darfst du, dass man keine Feuerwerksack geben kann ich schließen dir ganz schön viel ja schön, dass er von mir abkaut wir können hier auch schon Flugplatz da haben wir Hubflug Naja... Es sind die zu wenig Spiele... Ruf mal Leicester... Oh was? Oh was? W-why hello? How you doing? How can I help? Okay my friend I'll take care of the L.S.P.D., leave it to me I'm going to sing with the old Spiele... Cough now? J-J-J-J He's not here, he's coming there J-J-J That's how it is In 2021 bin ich schon mal das erste dämliche Kind in der Reichweite gewesen. Oh, das will doch nicht so, ich soll nicht mehr helfen. Ich will mir im Chat schauen, wenn er was will. Wir kommen da ja. Oh, bei mir. Der hat er letztes Mal schon nicht gemacht. Was ist der mit der Party? Du hast mich aus der Party ausgeschlossen. Ja, so wie jeden anderen, wenn ich in der Crew ist wie jeden Abend. Das war heute man ihm jetzt so gefühlt, ganz einfach. Jetzt wird es diskutiert. Glauben wir uns der Blöde, also wirklich. Jetzt fühlt er sich wie der richtige Gangster wird noch einmal geklid. Wer kommt denn K7 oder so? Der soll 18 sein, der ist vielleicht gar nicht 14. Nicht? Lass mich doch von dem Wichser hier nicht killen. Das ist passiert. Und schon ist Mustafa wieder hier. Ich bin der zweite, ich bin direkt an der Stelle. Oh, das ist vor, aber wer weiß. Ich bin der zweite, ich bin der zweite, ich bin der zweite. Ich bin der zweite, 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 ich bin der zweite. Dann kann Johannes nicht mehr mit spülen. Wie er wirklich immer auf den Sack geht, jetzt sind die. Jetzt kann ich gerade noch 1-1 mit der drüben. Das erinnert uns jetzt nicht. Schade. Ach, Agent, ich geh mir jetzt nicht auf den Sack. Was machten wir jetzt? Ich wollte 1x1 den Hannes wachen am Strand. Geht aber auch nicht, schade. Ey, es ruft Lester an, was ist denn jetzt los hier? Was ist das für eine Lobby, Alter? Oh, der Mapp am Himmel. Der soll sich aus der Lobby verpissen. Vor allem selbst jetzt hat er nichts Besseres zu tun. Als eh nur geistig 12-Jährigen zu machen. Doch, ich kann das. Ich war in der Schule vor 10 Jahren. Ich hab meine Lehre gemacht. Für 20 Jahre. Geben wir eine Spiele erst. Dass du Hose scheiße einfach vor dir hast. Ja, die Jett, ja. Ja, die Jett, ja. Ja, die Jett, ja. Ja, die Jett, ja. Ich muss jetzt hier einfach auf den Kopf gewinnen. Oh Gott, ja. In den Spielen ernst. Aspect. Wie schreibt ihr denn hier denn überhaupt? Jetzt muss ich mal in einen Stream. Jetzt schreibt er bei mir. Schön, dass man Zeit mit D schreibt, oder? Mit T bei Zeitangaben, du Opfer. Aber selbst das klingt doch nicht ordentlich. Zwei Zuschauer, ja und? Wie geht's voll hin, oder wie? Das... Tun wir das Spiel zu ernst. Jeder Spiel... Spiel Muffin mal klein an. Was will ich denn? Einer holt mich ab. Oh, ist das bei einer Lobby? Kann ich mal mit dem Ding hier fliegen? Kick die mal bitte alle. Geht mal bitte auf Roadrunner und haut ihn raus. Ich weiß noch, ob er selben für den Lobby gehört. Wie kann ich den kicken? Ah ja, hier. Online-Spieler auf deinen offenen Namen auf Hauswerfen. Bruder, du musst los! Mutti ruft! Ab! Ab ins Bett! Halt mal auf die Uhr! Ab in der Heier! Es ist Mitternacht vorbei! Ich krieg die Züge über Feuer aus. Geiles Fahrzeug! Jeremy! Ja! Ich wollte eigentlich jetzt den anderen abschliessen, aber gut. Johannes war schneller! Hahaha! Anscheinend habe ich auch Kinderfreunde und die auch gesagt nicht. Das fühl ich nicht. Deswegen will ich auch immer eins wie eins. Was ist denn jetzt, Hannes? Wo treppst du dich rum? Das ist schon wieder AFK? Nee, der hat mich gerade gekillt! Nee, nicht der Johannes, der Hannes! Johannes hat mich gerade gekillt! Ich meine Hannes! Achso! Hannes! Das weiß ich nicht! Hannes, der steht hier, glaube ich, oder? Der steht da bei dir da an der Runde. Nee, der wusste er nicht. Hannes, bei Wissen! Der kommt mit dem Ziel an! Ich bin was für das Ziel! Oh, egal! Ich bin nicht dran gewollt! Du musst hier einen neuen Account machen, wenn du weiter und du meine Sachen in den Chat schreiben willst! Ja, du musst hier einen neuen Account machen! Ich würde nicht fahren! Ja, jetzt mal ernst, Mustafa! Du hast was von... Was hast du geschrieben gehabt? Mustafa! Entweder Mustafa oder Mordwanner, einer von beiden. Ja, okay! Kann auch sein, aber wenn das Mustafa ist... Irgendes von Idioten auch kein Unterschied! Aber er hat sein Wort gehalten? gehalten ich weiß nicht, aber der hat auch hier ein kurzes Blut da ah ne, der hat da reingeschrieben, keine Tipps mehr ne, aber ich denke mal, das Muster war weiter wie Rot war die wollen 18 und 20 sein das glaube ich nicht nicht mal finden, aber so ne Scheiße ah, Drecksack ja, ist er nun mal raus? ey, Johannes, hilf mich schon wieder Leute, ihr sollt die Notwater auskicken hab ich schon, ich hab schon drauf gelegt ja, hör doch mal auf die Leute zu killen hier sag mal machst du dann so ein unbeliebt hier ich weiß nicht, aber komm ich nicht vorwärts oh, der kommt wieder ja, er müsste weg die Hälfte muss ja nur oh, F1 reifen Moment ah, sie werden dann entgehen mal ich Mitch rein gl obec wetten ich glaub es geht nicht nicht passiert es ist schwer das ist du Was ist das? Zumindest bin ich halb genug um das Shit für den Nettzeugen. Oh, die sind so blöde die Koks. Ich habe die Koks. Ich habe die Koks. Ich habe die Koks. Hanus, das ist gut. Hanus, ich habe die Koks. Das war schon wieder... Ist der Klin jetzt schon wieder... Das ist alles nur 5 Minuten weg... Oh, jetzt sind die Polizisten... Ja, die Doane ist irgendwie auf... äh... Liste setzen... Was? Macht keiner, was? Du hast uns... ...mehrfach abgeknallt... Du stört von der Polizisten... Was ist der Film von Johannes? Das ist mir scheißegal, äh... Johannes' Film ist derjenige, und den will ich auf die Liste setzen... Weil sowas geht gar nicht... Du stört, dass wir in die Zeit von Polizisten... Ja, der killt dich doch gar nicht ganz zu... Äh, der hat dich aber vorher nicht... äh... äh... gekriegt... Drei Mal... Drei Mal... Und das ist... Drei Mal zu viel... Drei Mal... Drei Mal... Drei Mal... Ja, der ist sauer, weil ich ihn gebannt habe und aus der AFL gekriegt habe. Weil Anteil das Kind ist. Oh, das hat er nicht verkraftet. Wer schießt denn da jetzt auf? Anscheinend war ich sein einziger Freund. Ja, tu ich. Wird ja einfach nachfahren können, wo man rauskriegen würde, aber das ist natürlich auch so. Dann braucht man sich aber auch nicht wundern. Da kommt reichlich Polizei auf mich zu. Guck mir mal, einer helfen, ich bin gerade am drehen. Ja, ein Theater muss sein. Was macht denn der jetzt so, mein Mann ist? Ja, Hannes ist im Schritt. Äh, im Schritt. Na? Na, ich wollte dich fragen, soll ich eine Freundin-Sitzung aufmachen? Bring den 1 gegen 1. Weil dann kann er uns nicht nachspawnen. Oh, jetzt stoppe ich mir. Jetzt stoppe ich mir. Weil er ist immer noch um. Das steht da. Und jetzt stoppe ich mir. Entschuldigung. Das ist schon scheiße. Nein, das wäre fast gern. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja auch einen Cod unsere erstes noch einen Cod nossas unterwegs. So, mit dem neuen Auto auch. Da ist ein fern Auto da. Der Bus hier hat bestimmt einen Kott mit drin. Wenn du willst. Ja, ich will. Mach voll die Sinten drauf. Mach mal einen 20er. Wer zuerst 20 hat, hat jemanden. Kann er ja nicht bei einer Freundesitzung? Ne. Der ist ja mein Freund. Ne, trotzdem. Wer wohnt Draner denn? Wer wohnt Draner? Der Idiot. Geht einfach passiv, oder? Das ist dann schon drüber. Ich weiß nicht. Was ist denn los? Na, wo ist denn los? Ich werde dir passieren. Ich will nichts mehr tun. Gott, ich schlaufe gegenseitig ab. Hehehe Sooo Oh Ah, jetzt will ich hier ein bisschen fahren Ja, ich will mich jetzt auch wackeln, ich will nicht fahren Du hast mich mehr als einmal aufgefasst Ja, das wollen wir jetzt schaffen Ja? Rache ist süß Ja, ich will nicht mehr als eine Trackerin Ich gehe niemals wie eine Trackerin an Oh ne, hab ich jetzt schon mehr gefasst Also umschlägt, jetzt können umschlägen kommen sie bei mir an hier Ja Möchtest du, dass ich da verliehen? World One hat das Spielverlust Die sind ja vorne aus, gell So, sie war vorhin, suchen wir sie noch spielen, gell Ich würde so gerne aber auch welche finden Mann, bist du gestorben Ey, ich habe den Kreis gedrückt, warum bin ich denn aus dem Fahrzeug raus? Ja, das ist einfach mal so ein Stück Nein Nein Oder wie das man ja durchschlägen kann Was überhaupt keine Sau interessiert Das ist einfach mal so ein bisschen Ich bin doch schon ein Stück Ich bin doch schon ein Stück Ehh 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 mal Geld dafür geben, um zuzüßleigen, sozusagen. als ob ich dich mit der Pistole einmal gehittet habe ja alles tut mir leid ich warte mal gar nix im german steht hier bei uns Hannes ist gefühlt alle 5 Minuten auf K ich bin auch da ja hallo bist du noch da hallo ich rede mit dir ich rede mit dir ich rede mit dir ich rede mit dir hallo ich schub dich ich rede mit dir häh will mich viel einer verarschen wir achso da Ach nee, nicht so wieder! Ey, nicht mit Waffe, nicht mit Waffe, das ist unfair. Ja, wie ein Gavi hat die Chance, die Katzenmutter, die Scheiße, die müssen die Charakter wechseln. Oh, die macht ja echt mehr Schaden. Ja, ich hab ja die normale. Achso. Schwerer Schafi sind wir, da halt, ich hab ja nix. Gabi, hast du vielleicht Bock? 20er Sniper? Dann geh ich noch mal meinen anderen Kracht dabei. Aber bitte, ein anderes Outfit war ich. Danke. Ja, okay, das kommt ein Problem. Okay, nein. Entschuldigung, Nanitz. Doch, Helm, Entschuldigung. Ey, warum kriegst du den? Ich war grad am Schuppen. Warte, ich will den Bullen packen! Warte. Ich hab ne Sniper in der Hand. Ich schmeiß ne... Granate hinter mich. Hä? Ich werde jetzt einen Minuten lang auf Toto. Ah, da ist die Anletten. Warte, dass wir noch verschieben haben, Toto. Ach, fuck. Ah, er lebt wieder, er lebt. Vielleicht hab ich geschlagen. Oh, wer hat denn da seine Lautstärke gewonnen mit dem Mono? Aber was ich mir auch an, oder wie auch immer? Wieso hab ich hier keinen Zugriff auf den Zeiss-Zauber? Wo ist Johannes? Der wird bis zum Ende gekillt. Ey, ne, ich mach grad mein German 1 gegen 1. Der zweite Schlag ist ja nicht. Zweite Schlag ist ja nicht. Ah, ich mach grad. Ach, fuck. Da hat er noch etwas übernacht. Scheiße. Ich treffe den einmal und... Nein, 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 nein. Nein! Scheiße. Ich treffe den einmal und... Ah. Ah. Sorry, sorry. Und wieder Kanonflach. Ah, fuck, ey. Ich hab' auch nicht. Sag' ja, Gabriel. Das ist... Keine Chance. Hätte ich auch nicht. Was er will? Sie dich nicht. Ja, ich sehe mich nicht. Gabriel... Ach ne... Das ist nicht der, der mich voll abgeholt hat. Ne, das mag auch, ja. Ich war gar nicht in der Sitzung drin Ach, da ist er Wo ist Johannes? Wo ist Johannes? Ich treffe ihn nicht Äh, Hannes Ich hab dich nicht gesucht Den Zeichen drauf Ah, dieser Fall um Jetzt fall um Suche ich Nein, doch Beide gleichzeitig Ey, Hannes Könntest du mal aufhören mich zu killen Sonst kill ich dich auch gleich Aus dem Hinterhalt Ja, ok Ok, ok Ach, spiel die Tricks aber nicht ein bisschen Oder bist du derselbe Wie Johannes Bin derselbe Ach so Gut zu wissen Ich bin ich Warum hast du mich dann zwei mal gekillt Ach, Anke Nee Hey Der ist schon wieder afkar Ich bin tausender Ja Das ist schon wieder Ich bin Das musst du am wenigsten abgestrochen werden Ja, der redet ja nicht Ja, der redet ja nicht Ja, es redet ja überhaupt keiner Oh, der hat nochmal gesetzt hat ja nein er lebt doch das gibt's nicht sorry ich hab mich zweimal getroffen warum fällst du mich um sorry krass ey zweimal getroffen ich bin das heimisch bst ne das macht er nicht nicht schwer ist das wär das wär bei ihm nicht aah überraschend oh nein ach die kill ist hier drüben ach die kill ist hier drüben man ey der braucht doch bloß noch einen treffer es gibt's nicht, ich treffe sie nicht ey echt man alles das war das dritte mal damit bist du raus äh das vierte mal sogar neun fünf neun fünf äh zu nah zu nah scheiße und neun neun ich bin zu blöd zu fahren neun ich bin zu blöd zu fahren אח ich folgert jetzt sind wir die ganzen weihnachts Loops unter uns den besseren Spring oder wen Should ich kurz umgehen Hannes du bist kurz davor meine Freundschaft zu kündigen die ganze zeit oder was der kennt mich die ganze zeit was ist los ich hab's angeboten kommt auch rüber ohne feiten willst du bist auf die angeboten kannst der haut immer ab der haute war bett ja 10 7 der aber alles ist feige das ist schon ein bisschen 10 8 ich glaube es ist vom Feuerwerk abgelenkt das ist weit ich bin hier von Bullen umgeben ich glaube ich habe hier vier oder fünf Fahrzeuge von Bullen keiner tut was scheiße jetzt habe ich sie verstanden ja ist gut ich gehe jetzt weg ich treffe den nicht das gibt es doch nicht 12 9 ich will nicht probieren ich will nicht probieren ich will nicht probieren ich will nicht probieren ja den hast du glaube ich den hast du das zählt nicht ja ich treffe das ist ja das war auch klar doch was einfach beschissen ist ja wenn sie Weihnachtslipsen komm, wenigstens zwei Stellen äh, hallo ja, jetzt äh, die Kälte, also Dennis, ich stoppe was ist das denn für einer? Kuchenfresser, der ist ein Kuchenfresser der hat mich jetzt auch gekillt ey, was war das denn für einer jetzt? der hat mich schon wieder gekillt was ist das für ein Wichser? der hat mich schon wieder der hat mich schon wieder Knäbe passiv für dich bei dem, bei dem, bei dem kann es auch passiv machen ooooh, ich krieg's echt noch gebacken nicht zweistellig kann ich den hier irgendwie rausspeisen oder backen? 3, 2, 3 ey, das dritte Mal ey, das dritte Mal ich seh den einfach nicht Mann wo ist der Kerl? in der Luft routiert viel 0 0 0 0 0 0 Vielen Dank.